So Leute, willkommen zu diesem einen Jahres-Special-Mini-Ding-Bullshit nochmal. So Leute, ein Jahr ist es schon her, seit ich angefangen... Scheiße, der Mega-Busen ist kaputt. Ein Jahr ist es schon her, seit ich mit meinem allerersten Let's Play angefangen habe, damals nochmal Jonas Mars, noch in 240p-Style. Dann hier mal kurz so eine Runde einblenden, wie es damals noch aussah. Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Wie ihr sehen könnt, also an der Maske, spielen wir, also spiele ich jetzt, das Spiel The Legend of Zelda Majora's Mask. Ah, das war ein großer Augenblick. Was machst du da hinten? Nein, wie ihr merkt, ist Yoshi wieder bei Hintergrund. Ähm, jetzt ist, wie gesagt, schon ein Jahr her. Inzwischen haben wir ja jede Menge Projekte abgeschlossen und begonnen. Das haben wir alles gehabt. Wir hatten Majora's Mask, wir hatten Mario, 64-Werten, auch Green of Time, Pokémon Weiß. Das Let's Quest Herz-Titel zum Majora's Mask nach meinem, äh, 3-Hard-Warn, der gar nicht mal so schlecht war. Und, dann hatten wir noch, was haben wir noch? Äh, ja, dann kam die HTP VR, ne? Ähm, mit der HTP VR 2, und das hört sich gerade so scheiße an, was ich hier von mir gebe. Mit der HTP VR 2 kamen dann die ganzen Wii und Game Displays wie, ähm... Ne, ist ja da mein Fall, verdammt. Ähm, Super Mario Galaxy, ähm... Die ganzen Wii und Game Displays. Super Mario Galaxy, Zelda Twilight Princess, ähm, Assassin's Creed Bloodlines für die PSP, und das lingt überhaupt nicht ab, oder? Also, nein. Und dann noch ganz viele andere, äh, Emulator Let's Plays, wie Kirby Nightmare on Dreamland, was hatten wir noch an der Stelle, ähm, Mac... Nein! Metroid Zero Mission, was ja auch noch läuft, und ich glaub, das war's jetzt auch schon wieder. Neue Projekte müssten es sein, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ohne das Let's Quest, glaub ich, wird eingerechnet. Ich weiß es gar nicht, egal. Auf jeden Fall, das ist so die Geschichte des ersten Jahres auf diesem Kanal. Ähm, es wird natürlich noch weitergehen. Und zwar mit vielen Let's Plays. Und mit Krimis Worlds. Und mit dem da, und mit Domi, und mit Blader, und... Alle werden wir mit dabei sein. Das geht auf jeden Fall noch weiter. Vor allem kommt dann auch Wii U Let's Plays, und... Die ganze Schose, und naja... Was machst du da eigentlich? Du stehst, wenn ich auf Wusen mache. Wieso funktionieren das Ganze? Das war, war an sich eigentlich alles, was das letzte Jahr immer passiert ist. Ich hab natürlich... Die 100 Abonnenten, in fact, die 200... Ich hab gehofft, ich schaff die 200, bevor... äh, zusammen mit meinem ersten Jahr. Hat nicht ganz gereicht, weil es irgendwie immer wieder... War so eine Phasen gab, wo es immer hoch und runter ging. Ich erinnere gar nicht an die 179... Was war es? 175 war es. 170 bis 175. Hoch runter, hoch runter, hoch runter. Wollte ich aufhören? Hoch runter, hoch runter. Jetzt sind es ja um die 185. Das ist ja ganz lange 200. Das heißt, es wird nicht mehr so lange dauern. Hoffe ich mal. Was war es? Das musst du überhaupt nicht abnehmen, oder so. Ja, also ich war es eigentlich alles, was dieses Jahr passiert ist. Und, ähm... Aber, noch nicht das Letzte, was in diesem Special gesagt wird. Denn ich, wir haben... Ich, nicht wir. Ich habe etwas Kleines geplant. Einen schon zusammen mit dem... Gut, hier, Yoshi, Leute. Und zwar werden wir... Beide... Mit den Abonnenten dieses Kanals ein... Mario Kart Wii Online... Veranstalten, so ein bisschen. Ähm... Wann genau das sein wird. Und... Lendet er unten ein? Kann ich machen, wann es sein wird. Und genaue Informationen bringe ich am Sonntag in dem Let's Us You wieder mal. Einfach, weil es da ein bisschen einfacher ist, in diese Kamera zu gehen, ey. Ich kann das irgendwie nicht. Ähm... Egal. Jetzt, wo ich ja die Kamera gedacht habe, sieht es irgendwie komisch aus. Und ja. Genau. Sonst noch irgendwas? Hab ich noch vergessen? Nein, auf jeden Fall. Also... Ich bin ja der absolute Pro in Mario Kart, deswegen werde ich euch alle wegzocken. Nicht? Doch. Ja, okay, dann zeigen wir es. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Also das Datum wird unten eingeblendet oder im... äh... Am Letters You am Sonntag gezeigt. Und da wird auch alles genau erklärt. Und wie das Ganze funktionieren wird und wie wir es machen und wann und bla. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und seid auch mit dabei. Wir beide werden hier sitzen, lieber die Wii U zocken, alles aufnehmen. Und das Ganze wird natürlich auch noch hochgeladen, wie wir entsprechend. Wie gesagt, alles Weitere am Sonntag. Das war es eigentlich soweit wieder von diesem Special von mir und Yoshi. Das war es. Okay, ciao. Okay, also wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.